Sanfte Klänge und Maria Männers klare, warme Stimme erfüllten am Mittwoch die Gabensburg in Zischen. Sollten in der Burg tatsächlich Gespenster ihr Unwesen treiben, wie die norwegische Sängerin befürchtete, so hätten sie einen schönen Abend bei einem exklusiven Konzert erlebt. Der Radiosender FFH hatte Männers zu dem kleinsten Kuschelkonzert der Welt nach Zischen eingeladen. Nur 20 Karten wurden dafür verlost und die ausschließlich an Paare. Die genossen den Abend, die Lieder und die sanfte Stimme. Sollte es in der Gabensburg tatsächlich Gespenster geben, Maria Männers müsste sie nicht fürchten, denn sie würden sie nach diesem Abend lieben. All this time, all this time, you've had it in the room, you just sometimes need a push. So you had some detours, so stupid now, now we know what not to do again. Beside to let down the fire.